so hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem skyrim let's play wir sind hier gerade aus mark hat geflohen da war die ganze stadt hinter uns her so was blödes und ich würde mal sagen wir gehen mal hier zu diesem stein ich will mal gucken was das ist der ist da so reiten wir einfach mal los so lange wir das pferd haben sind hier schon wieder los mensch ist ja überall was los sollen wir da mal helfen das war der tod so was ist denn hier schon wieder los was was habt ihr denn für probleme wo liegt sie denn nachher und das pferd ist natürlich auch weg so ein mist na gut dann müssen wir zu fuß weiter irgendwo da oben müsste der stein sein wo wir hinwollen wir gucken mal was das hier für eine hütte ist das war ein abgeschworene macht 28 schaden super pravos haus gucken wir doch mal wenn wir jetzt hier eh schon gesucht werden ok jetzt ein bisschen holz das ist jetzt nicht so toll ein paar kisten die helfen uns jetzt auch nicht schweide was nehmen wir denn da eine bank einen schrank eine schritte ich entferne mich mal lieber von hier bevor da noch mehr passiert stimm gehört wieder ja 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 Ich glaube, ich guck mal, ich glaube, da oben ist tatsächlich der Stein, wo wir hinwollten und dann können wir ja erstmal weiter Richtung, wie hieß das, Rorikstadt. Ach, Mist. Jetzt ist schon wieder eine Mine. Hm. Aber ich habe noch gar keine Hütte. Ist die Mine jetzt auf unserer Karte? Jawohl. Und der Stein ist irgendwie über uns noch. Und zwar noch höher. Aber wie? Eigentlich wollte ich da jetzt mal so eben hingehen und nicht mal so über fünf Parts da hinmarschieren. Das wird auch zu beschwerlich, jetzt da hoch zu gehen. Es geht bestimmt, ich bin mir sicher, aber... Jetzt können wir den Mensch antun. Hier ist alles noch im grünen Bereich. Na, hier kommen wir doch jetzt hoch, oder? Komm schon. Wo bist du? Scheiße, wo bist du denn? Oh, danke, Lydia. Komm, hau ihn. Der ist gleich tot. Wow, vielen Dank. Das war super. Tja, ich glaube, der Stein ist kaputt. Ach, Mann. So, das muss doch jetzt hier irgendwo sein. Da. Das ist er doch, oder? Ja. 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 Das ist der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Ja, nehmen wir das, oder? Alle Fertigkeiten. Ja, cool. Ich glaube, das ist ja, das ist doch voll imba, oder? Na, egal. So, jetzt wollen wir halt hier runter. Ja, durch die Schlucht, oder? Da oben rum. Ich wünsche, das wäre hier irgendwo ausgeschildert jetzt. Irgendwie da rüber, ne? Wir haben doch nur die eine Quest aktiv, ja. Na, wir gehen erstmal zurück. Wo, 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 wo. Hier ging es dann doch ein bisschen steiler wieder ab, bergab. Nicht, dass wir uns hier nur die Haxen brechen. Wir sind ja wichtig. Wo. So. Da unten haben wir bestimmt nochmal Schilder. Was steht denn da dran? Was steht denn da dran? Also, ich muss mich irgendwie gen Osten halten. Der Osten ist da. Na, ist ja ein bisschen hier lang, oder? Sehe ich das richtig? Ach, das könnte jetzt aber auch ganz schön beschwerlich werden. Wo kommen wir denn da durch? Das könnte schon sein, ne? Das ist doof. Ich hätte jetzt auch gerne irgendwie eine Karte, wo ich sehen könnte, wo Wege sind. Nach Markart wollen wir nicht. Also, wir folgen jetzt einfach mal dem Weg hier. Das machen wir jetzt mal. Ich meine, wenn wir hier wirklich jetzt sechs, sieben Parts durch die Gegend stapfen, ohne dass wir ein Ziel haben, dann steht denn hier Weißlauf schon mit dran? Ich meine, die Richtung ist ja nicht verkehrt. Dann kommen wir auch, ja, dann kommen wir auch da hin. Also, nach Weißlauf. Was ist das? Hm. Bestimmt irgendwie so ein Opferding oder sowas. Keine Ahnung. Ich gehe lieber weiter. Ich will mich jetzt gar nicht aufhalten. Immer noch nach Weißlauf. Das ist richtig. Aber es ist schon ein bisschen unheimlich hier, muss ich jetzt sagen, in so einer Schlucht. So ein Riesenstein. Aber mutig, wie wir sind. Wir sind ja Abenteurer. Ist gleich tot. Warum sagen die denn das immer? Immer so großschneuzig. Mehr habt ihr nicht drauf. Und Zwergenschild. Mehr habt ihr nicht drauf. Und dann ein Hebel später sind sie tot. Nehmen sich schon mal viel zu viel vor. Ach, da oben geht es auch schon wieder lang. Oh, ich hasse dieses Spiel langsam. Ich weiß ja überhaupt nicht, was ich tun soll. Auf jeden Fall stimmt die Richtung. Müssen wir mal ein bisschen Fahrt jetzt aufnehmen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ja, das wären jetzt wahrscheinlich so ein, zwei Wanderparts. Schauen wir mal. Da haben wir nochmal ein Schild. Jetzt geht da ein Weg nach oben. Ich glaube, ich habe es doch jetzt ganz drauf gegen einen Drachen. Wow. Überlebt, überlebt, überlebt. Oh, wir kriegen den kleinen. Tja. Hättest du dich mal nicht mit uns an. Oh, cool. Wir kriegen da einen kleinen. Wow. 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 Habe ich jetzt was Neues gelernt dadurch, oder? Jetzt habe ich schon wieder so Dinger. Die sind doch sauschwer. Oh nein. Ich kann schon wieder nichts mehr tragen. Kannst du die mir nochmal abnehmen? Ich gebe euch Deckung. Ich möchte Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Super. Wie viel Kanten die noch? Ich würde das gerne mal wissen. Also, Ugluk. Ugluk möchte abgeben, dass... Das, 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 das. So, cool. Das können die immer noch tragen. Jawohl. So, Mark hat, weil wir nicht weiß laufen, ist cool. Und... Was meinen die denn damit? Was ist denn da noch? Einsamkeit vielleicht? Ne. Ja, aber da können wir jetzt nicht lang gehen. Das geht nicht. Wir müssen uns Richtung Weißlauf halten. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde den Part hier beenden. Hier in dieser Kreuzung. Hier stehen wir einigermaßen sicher. Ich bitte wieder um Kommentare. Und hoffentlich hat es euch gefallen, dass ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bye, bye. Der Längster.